Wir werden alle Weile nicht verfügbar sein. So, der Heli hat schon seinen Job gemacht. Erstmal geh ich nach oben. Oh, sorry, Gas. Ich wusste ja nicht, dass ich auch schon hier war. So, das hätten wir auch gemacht. Es fehlt, es fehlen immer noch zwei. Wo sind 2,5 hier? Wir sind angriffbereit und erwarten weitere Anwaltungen. Das war jetzt eine bisschen heldenhafte Aktion. Nicht so sinnvoll. Aber ich mache es mit einem ähnlichen Ansatz jetzt ein zweites Mal. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle sind. Das Gebäude, das Gebäude, das Gebäude. Schuss. Auswechslungs-Situation, würde ich mal sagen. Zwei Granaten! So, die Christmas Mixer hier, die schnapp ich mir jetzt alle. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ey Leute, ich habe ganz ehrlich keinen Plan, wie wir das machen. So, aber jetzt darf ich wieder ein Heli nehmen. Den brauche ich jetzt echt. Ohne schaffe ich das nicht. So gut, C4 im Gepäck. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt. So. So, der Heli gibt ein bisschen Rückenleckung hier. Ich weiß nicht, ob da welche sind. Ich gehe jetzt mal über die Seite. Aber Price ist wieder bei uns. Checkpoint bitte! Was glaubt ihr, was jetzt ein Checkpoint mir helfen würde? Mensch, warum blockst du mich? Gebäude gesichert. Überprüfen wir die anderen. Das ist so schwul. Es gibt natürlich auch keinen Checkpoint. Wo sind 254? Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anwaltungen. Das ist also eine Haarwaffe und keine Weiber. Hier ist 255. Wir haben das Ziel. Erwarten das Ziel. Alles klar. Ich bin trotzdem jetzt frustriert. Es kann einfach nicht sein, dass dieses Spiel da keinen Checkpoint setzt. Im ganzen Spiel war das echt fair gemacht. Und ganz plötzlich will das Spiel keine mehr machen, wenn es so schwer wird. Das finde ich nicht so toll gemacht, ganz ehrlich. Was ist hier? Es geht. 2.5 hier. Wir müssen auftanken und uns voll bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verpüsten werden. Ah, jetzt bin ich ein bisschen hier. Ich weiß gar nichts. Ich weiß erst nicht, was ich machen soll. Ich hab jetzt richtig Schiss. Das war unser. Das war auch unser. Das Spiel echt setzt keinen Checkpoint. Unglaublich. Oh, scheiße. Gibt's doch gar nicht. Achtung, Achtung. Der ist weg. Gebäude gesichert. Checkpoint, na endlich. Alter, unglaublich. War das denn so schwer, Infinity Wards? Eins hat man noch. Tja, das ist ja so überraschend, dass alles hart natürlich im allerletzten Gebäude ist, ne? So. Hätten wir die Massenschlacht schon mal hier hinter uns. Das nächste Gebäude ist ganz schön ein Stück weit weg. Es sind schon wieder zwei. Oh, jetzt geht's los hier. Die Stelle kenne ich. Die ist so beschissen. Das wichtigste ist in diesem Spiel eigentlich immer in Bewegung bleiben oder hinter einer ganz sicheren, hundertprozentig sicheren Deckung stehen bleiben. Und das kann man zum Beispiel ja nicht überleben. Gebäude gesichert. Sehen wir uns das nächste. Das war alles so klar, dass ich wieder dahin latschen darf. Meine Fresse. Das macht so einen Spaß. Und das hat man doch schon längst geklärt, aber egal. Was soll ich denn jetzt zum Beispiel machen? Das sind hier eine Million Gänge. Das sind keine Finder. So. Versuchen wir uns mal jetzt da irgendwie durchzumogeln, ne? Scheiße. Keine Spezialgranaten. Egal. Werfen halt Splittergranaten. Okay. Oh, die haben den für mich erledigt. Unglaublich. So, jetzt habe ich mal einen Heli gerufen. So, jetzt kommt er endlich mal hier, ey. So, jetzt war ich mal hier. So knapp. So knapp. 2.5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden in einer Weile nicht verfügbar sein. Jetzt wird's mal echt Zeit, dass er alles hat. Dort ist. Hey, Spray, Leute. Wo seid ihr? Ach, der SAS hat ja keinen Spray. Das waren die Marines. Stürme dem Bauernhof. Bauer sucht Frau. Bauer sucht Gewehr. Und... SAS sucht alles hart. So, noch sieht's ganz ruhig aus. Es fallen Schüsse. Was sonst in diesem Spiel? Und da wollen wir uns mal ein bisschen jetzt hier vorpirschen. Mal gucken, was man so machen können hier. Tube auswirken. Heli. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Boah! Heli, komm schnell. Havok. Ich wusste gar nicht, dass die Armys auch eine Havok haben. Ich dachte, dass wären die Russen. Oder weil wir hier in Aserbaidschan sind, ist es vielleicht Leistungsgrussen Unterstützung mit ihrer Habe Das kann ja auch sein Eine interessante Theorie Aber ich will jetzt keine Theorie, ich will Praxis sehen Also Heli machen wir hier Ich gehe mal hier lang 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.